Liebe Genossinnen und Genossen, weiter geht's mit Workers and Resources. Ich hab hier schon mal eine ganze Menge vorplaniert und die Uranmine noch mal ein bisschen umgesetzt, damit das hier ein bisschen einfacher wird. Und jetzt sollten wir auch hier ohne Probleme hier mit einer Straße entlang kommen. Zumindest bis hier vorne. Und dann auch ohne Probleme diese Straße. So, okay. Das können wir planen. Dann ist das auch funktionsfähig. Das ist die Straße zum Glück, also zur Uranmine. Und von hier aus, hatte ich ja gesagt, wollte ich noch Fördersysteme bauen. Wir brauchen ja noch einen Stromanschluss. Den Stromanschluss ziehen wir uns von hier unten. Das machen wir dann aber alles, wenn wir da hinten noch weiter planen. Jetzt gucken wir erstmal, dass wir hier den hier bekommen. So. Und jetzt müssen wir halt gucken, dass wir den irgendwie damit dran kriegen. Weil der muss ja auch an diese Straßen mit ran, natürlich. Ja, sehr gut. Aber nach Möglichkeit, den Stromförder tun. Gibt's noch einen höheren? Ja, der ist ganz okay. Einmal. Da, bitte. Dann einmal. Dahin. Und wenn das klappt, gehen wir einfach ganz stumpf. Muss man mal gucken. Hier nochmal rüber. Das wäre nämlich super. Hier reicht in dem Fall auch eine Kiesstraße hin. Zack. Den Rest sehen wir dann, wenn wir die nächsten Planung machen. Dann haben wir auf jeden Fall das Uranerz schon hier vorne. Und ich würde jetzt tatsächlich hier einen Lager machen. Wir können es auch im schlimmsten Fall hier machen. Und die erste Vorproduktion in diese Richtung bauen. Das ist in dem Fall im Prinzip egal. Wir wollen ja hier vorne noch mehr Kohle produzieren. Dann ziehen wir die Produktion auf diese Seite. Ja, also zumindest von der Vorproduktion. Dann planieren wir hier noch ein bisschen. Und dann sollte das auch passen. Das passt soweit. Dann setzen wir noch einen Stromversorgung. Uh, es gibt auch ein Umspannwerk mit Fußweg mittlerweile. Ohne Motz. Mega. Einmal da hin. Da muss ich tatsächlich mal gucken, welches es ist. Ähm. Wir haben hier eine Feuerwehr, ne? Ja. Die hat aber keinen Treibstoff. Die kommen da nicht hin. Die kommen da nicht hin. Wir haben da den Treibstoff für die Feuerwehr vergessen. Uh, doof, 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 doof. Das ist jetzt doof. Das ist jetzt doof. Wo ist unsere Feuerwehr? Leute, Spezialansatz. Einmal da hinten hin. Und je nachdem, wer von euch zuerst ankommt. Bitte den mit Diesel versorgen. Ah, doch. Er ist doch da. Er ist da. Wacht. Okay, er hat doch getankt unterwegs. Sehr schön. Okay. Gut. Thema auch erledigt. So. Zurück zum eigentlichen Thema. Wir wollten hier eine Stromversorgung herstellen. Jetzt müssen wir mal gucken, wo wir hier noch Energie abzweigen können. Ich glaube, hier vorne ist alles voll, ne? Uh, nee. Hier vorne ist noch einer. Allerdings bin ich mir nicht sicher, wie viel Belastung hier ist. 0,1. Ach Gott. Ja, das ist ja okay. Wir checken sicherheitshalber mal, wie viel die Uranmine hat. 75 Kilowatt. Das ist ja nichts. Wie viel haben die Förderer? Die Fördersysteme. Ähm, 100. Okay. Das ist also überhaupt kein Problem. Dann gucken wir nochmal, ob die Reichweite hier ausreicht. Ja, oder ob wir das einfach ein bisschen weiter... Wir setzen das lieber mal hier hin. Ja, in die Ecke. Ich glaube, hier ist das sinnvoller. Achso. Und dann werden wir... ...die Sachen von hier aus versorgen. Okay. Stromleitung. Einmal... Ich denke, wir gehen hier lang. Ähm... Und hier... Und hier... Einmal dahin. Dahin. Ah, der sieht nicht gut aus, der letzte. Einmal nach... Und... Gut. Also, den Teil haben wir auch fertig. Jetzt müssen wir mal gucken, welches Gebäude schon wieder brennt. Ähm... Die Werkstatt... Das ist denn Reichweite, oder? Ja, alles klar. Wir werden hier Sicherheitshaber auch nochmal einen Auftrag geben. Dass die dann noch mit hinfahren. Ähm... Sicher ist sicher. Okay. Gut. Dann haben wir das auch... Erledigt. Und jetzt sind wir in der goldenen Situation übrigens. Dass wir... Hier die Kohle bereits fertig haben. Das ist ziemlich... Das ist ziemlich gut. Wir haben aber halt nicht so viele Leute. Deswegen will ich das jetzt hier auf... Maximal 40 Leute. Und hier können maximal... Wie sie... Ähm... Vier oder fünf rein. Und jetzt müssen wir vor allen Dingen mal gucken... Ob das alles von hier aus... Vernünftig versorgt wird. Ähm... Die kommen tatsächlich überall ran. Ja. Das ist also überhaupt kein Problem. Ja. Genau. Gut. Die kommen überall ran. Und... Dann werden wir schon mal unsere Busroute... Ein bisschen aufrüsten. Und in Anbetracht des Geldes... Übrigens auch weitere Bauten aktivieren. Ähm... Wir haben hier jetzt diese Bauten noch nicht aktiv. Ja. Also die sind zwar aktiv. Aber da kommt noch keiner ran. Weil diese Bauten nicht fertig sind. Deswegen können wir... Als nächstes schon mal... Das Zementwerk aktivieren. Zack. Dann den Förderer... Und das Staubgutlager. Denn, äh... Bin ich ehrlich bin... Ein Geld mangelt es uns jetzt einfach nicht. Und wir werden ihm hier... Ihm sagen wir... Ihm sagen wir... Du holst die Arbeiter bitte von... Von da hinten. Und, ähm... Benutzt das erst mal. Kies und das Falt benutzen wir weiterhin von uns. Aber ich will hier einfach nicht, dass die Bauvorhaben hier ins Stocken geraten. Deswegen werden wir jetzt als Arbeiter erst mal Fremdarbeiter nutzen. Und bis diese Häuser hier fertig sind und wir hier genügend Material haben... Oh, unsere Rücken sind fertig. Was soll das heißen? Ich habe ein Aufmerksamkeit. Oh, ist das eine rosa Weltraumkuh? Okay. Wie dem auch sei... Ähm... Das werden wir dann erst mal... Ähm... Fertig machen. Und dann benutzen wir... Diese Gebäude dann, wenn es soweit... Wenn es soweit ist. Aber wir brauchen das Geld jetzt hier nicht rumliegen lassen. Und vor allen Dingen, was wir auch machen können mit der... Mit der... Mit der Kohle... Ist... Einen weiteren Bauzug kaufen und die Gleise hier in Betrieb nehmen. Zusammen mit den Brücken. So. Da können sie jetzt nämlich schon mal ebenfalls mit dran arbeiten. Da. Da. Zack. 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 Und wenn wir bis dahin gekommen sind... Dann haben sie schon gut was geschafft. So. Okay. Jetzt hoffe ich, dass ich hier unten nix... Äh... Ja, siehst du? Genau. Bau aussetzen. Das war nämlich genau das, was ich vermutete. So. Okay. Das bauen wir nämlich noch nicht. Dann passt das nämlich. Okay. Gut. Und wenn sie die Route hier fertig haben... Dann... Werden wir erst mal die Versorgung... Die andere Versorgung machen. Denn ich muss ganz ehrlich sagen... Ich finde die Versorgung jetzt hier mit... Äh... Äh... Personen... Im Moment relativ unspektakulär. Ja. Also das klappt eigentlich ganz gut. Das müssen wir uns in Zukunft mal vorhalten. Ähm... Ob das klappt. Und ich würde... Die sind halt auch stark beschäftigt gerade. Zehntausend Arbeitstage. Wir müssen den Bau tatsächlich kurz aussetzen. Das tut mir ganz schrecklich leid. Aber wir müssen jetzt... Erst mal die ganzen Straßen, die wir hier geplant haben, fertig kriegen. Das sind unter anderem die hier. Und... Die hier. Das habe ich schon mal in Auftrag gegeben. Und die anderen Wege. Die sind jetzt erstmal wichtiger. Die haben Priorität. Und wenn wir dort hinten Zeit haben, dann bauen wir den Rest fertig. Aber wir müssen jetzt erstmal zusehen, dass wir unsere Sachen hier fertig kriegen. Und hier mit Priorität arbeiten. Kohle, Erz ist mir egal. Kohle, Erz ist mir egal. Okay. Gut. Also. Haben wir überhaupt noch Schulden? Ich glaube, die hat mir zurückgezahlt. Aber wir gucken sich jetzt aber mal. Ach, wir haben sogar noch einen Kredit laufen. Ja, Mensch. Komm. So. Weg damit. Weg damit. So. Dann sind wir jetzt sogar schuldenfrei. Und haben Spaß dabei. Ja. Sehr gut. Wir haben zwar noch eine halbe Mille. Aber wir sind schuldenfrei. Wir sind schuldenfrei. Yeah, Baby. Sehr gut. Okay. Gut. Dann kümmern wir uns jetzt um die Kohleproduktion. Dass wir dort so ein bisschen Basic-Kohle in Betrieb nehmen. Wir sehen, wir haben jetzt wieder ein paar Arbeitslose. Wenn wir uns das mal angucken. Das sind natürlich die, die jetzt auf den Baustellen fehlen. Und die will ich jetzt. Zack. Die sind meistens hier. Und die will ich jetzt mit einer zusätzlichen Busverbindung hier hinbringen. Jetzt müssen wir uns erstmal unsere Busverbindung angucken. Wie viele Busse und was für welche wir haben. Äh. What? Okay, das liegt ja direkt nebenan. Das sollte kein Problem sein. Ah, er ist halt unterwegs. Okay. Das werden wir mal begrenzen auf... Auf... Komm, auf 60. Ich denke, mehr brauchen wir hier nicht rein... ...laufen lassen. Und da warten jetzt ein paar Leute. Okay. Gut. Gut. Also, das passt. Dann schauen wir mal, ob wir noch ein paar Busse kriegen. Wir haben zwei Stück. Oh, wir haben mittlerweile den Icarus. Ja, mega. Ja, super. Wir nehmen die beiden. Da noch zwei von auf die Route drauf. Sehr, sehr, sehr gut. Und dann werden wir die Verteilung hier noch ein bisschen ändern müssen. Wir nehmen dich und dich mit rein. Einmal die Verarbeitungsanlage. Kriegt drei Prozent wie die Asphaltanlage. Und jetzt müssen wir mal... Jetzt müssen wir mal gucken. Du hast 100 Leute. Das ist okay. Jetzt fehlt uns nämlich schon wieder Öl. Das ist aber erstmal kein Problem. Solange du hier hinten... Ähm, kein Öl hast. Ja, das ist okay. Jetzt könnten wir übrigens umschaufeln. Und... Äh, den Leuten... Das Öl hier hinbringen lassen. Jetzt müssen wir gleich mal gucken. Ob das... Ob das... Ob das klappt. Wir gucken einmal ganz kurz jetzt aber trotzdem die Verteilung in Ruhe an. Also, ich... Das müssten... Müsste ungefähr doppelt so viel sein wie hier. Jetzt müssen wir mal... 50 Prozent. 20 für die Kohle-Mine. 7 Prozent für das Kies-Wert. Ähm... Wir haben genug Kies. Da können wir sogar auf 4 Prozent runtergehen. Feuerwache. 23... Ungefähr die Hälfte. Ja... Das ist okay. Ja. Asphaltanlage. 3 Prozent. Kohle-Mine 20. Okay. Ja. Ja. Ja, das finde ich gut. So machen wir das. Und dann werden wir jetzt mal schauen, dass wir von unseren VZs hier... Ne. Wir lassen das weiterhin da hinbringen. So wie wir das bisher haben. Wir gucken mal. Du lädst dort ein. Lädst... Dort bis 20 Prozent. Und dort den Rest. Genau. Das sollte eigentlich funktionieren. Ähm... Haben wir gesehen, die fahren gerade da hin. Und er lädt da bis 40 Prozent. Ähm... Und du holst dir das aber links von... Na komm. Genau. Das ist Priorität 1 Öl. Und das andere ist Priorität 2 Öl. Ähm... Und dann passt das auf jeden Fall. Okay. Gut. Dann... Bus-Ute. Wir brauchen den... Bus hier. So. Das werden wir mal umbenennen. Das ist... Das ist die Bauindustrie. Und da kommen bitte... Die beiden mit drauf. Jetzt bin ich aber überlegen, ob wir hier irgendwo eine Bus-Endhaltestelle haben. Nein. Wir deaktivieren mal die Fahrzeuge. Ja doch. Wir müssen sie eigentlich anmachen. Und ab dafür. Und dann müssten wir tatsächlich eine Bus-Endhaltestelle hier vorne zeitnah mal planen. Das könnten wir tatsächlich... Das können wir tatsächlich hier machen. Dass die Busse dort hinfahren. Und wir einfach auch die Möglichkeit haben, sie dort zu warten, zu reparieren, ähm... Zu tanken und so weiter und so fort. Das Problem ist, die Bus-Endhaltestelle, die wir hier hinten geplant haben, ist dafür tatsächlich ein bisschen... Ein bisschen ungeeignet, weil die einfach so weit weg ist, ne? Ja, ich denke, das machen wir auch... Das machen wir auch direkt. Wir können das auch gucken, dass wir das vielleicht hierhin planen. So, das ist nur die Frage, wo ich das Ding finde. Da. So, Bus-Endstation groß mit vier Stellplätzen. Bus-Endstation größer mit sieben. Ähm, ich denke... Ein, zwei, drei, vier... Wir nehmen die hier. Die finde ich ganz gut. Und das wäre so mega, wenn die genau hier reinpasst. Ja, es passt. Ein Träumchen. So, und das werden wir auch direkt mit in den Auftrag geben. Die will ich nämlich mitbauen. Die hat nämlich auch, äh... Die hat dann auch relativ hohe Priorität. Wir müssen nämlich zusehen, dass wir... Ähm, wow, die erste Kohle kommt. Das ist ja mega, dass wir hier, ähm, die Sachen fertig kriegen. So, jetzt können wir tatsächlich... Ich bin ja geschockt ohne Ende. Jetzt können wir tatsächlich hier, ähm, die Versorgung... Ähm, ja... Das ist natürlich jetzt... Wir haben ein kostenloses Verteilungsbüro hier. Das hat... Das macht jetzt was. Holt hier... Flüssigkeiten... Und bringt die einfach da rein. Äh, Moment. Das Ding ist ja leer. Äh, Treibstoff haben wir überall, oder? Ja. Wieso? Wieso ist das Ding leer? Das ist einfach... Die kommen nicht hinterher. Ah, ist ja spannend. Der hat aber 13... 13 Tonnen hat der doch, ey. Das ist ja der Wahnsinn. Wow. Jetzt bin ich ja... Entschuldigung. Jetzt bin ich ja echt ein bisschen geschockt gerade. Das ist ja der Hammer. Der hat 13 Tonnen und kommt nicht hinterher. Okay, da kommt schon die nächste Ladung. Okay, dann ist es, wie es ist. Dann werden wir tatsächlich dieses hier jetzt auch weiterbauen. Und das wird das VZ... VZ... Na... Ne, was ist denn hier? Äh... What? Was ist das denn für die Nummer? Das VZ... Das wird das VZ Nardopol Kohle werden. So. Wunderbar. Dann haben wir das auch. Und dann können wir tatsächlich hier die Kohle reinschaufeln. Und dann demnächst anfangen, den Rest hier. Den können wir verkaufen. Das ist ziemlich, ziemlich nice. Ähm... Haben die den... Haben die hier schon weitergemacht? Ja, er ist da gut am buddeln. Sehr schön. Der ist dort ebenfalls fertig. Haben wir die Strecke hier aktiviert? Ja, haben wir auch. Okay. So, die sind hier zu Gange. Sehr schön. Er kann da nicht rein, weil es noch keine adäquaten Signale gibt hier. So, dann machen wir hier vor mal... Und noch zwei Signale. Dann können die Züge dann nämlich reinfahren. Dann machen wir hier hinter zwei Signale. So, dann können sie bis dahin auf jeden Fall jetzt problemlos bauen. Sehr gut. So, also wie sieht's aus? Der ist... Die Straße ist fast fertig. Wie sieht's mit unseren Gebäuden aus hier? Ähm... Wir hätten ja nämlich gerne mehr Arbeitskräfte, damit wir mehr Öl verbrennen können. Jetzt müssen wir tatsächlich mal sagen, dass wir hier unten auch keine Bürger bekommen. Das müssen wir dann doch echt separat machen. So. Das nehmen wir mal wieder raus. Denn, ja, ein Prozent ist natürlich nicht viel. Aber das ist zumindest schon mal was. Und solange wir diese Kohle nicht adäquat entfernen oder wegbringen... Und das machen wir momentan noch nicht. So lange brauchen wir auch nicht mehr. Das ist auch fertig. Uh, das ist super. Das können wir in der nächsten Folge ausstatten. Und dann hier... Mitbauen. Ähm... Was wir hier auf jeden Fall machen müssen, ist ein Kohle-VZ bauen. Welches von hier die Rohkohle nimmt und sie verkauft. Wobei ich da nicht sicher bin, ob das Sinn macht, hier zu verkaufen. Ich denke schon. Ähm... Das müssen wir dann... Das müssen wir erstmal sehen. Hier sind auch 24 Leute drin. Ja, also es sieht erstmal ganz gut aus. Wenn wir mehr Leute haben, dann können wir vor allen Dingen auch wieder eigene Leute nehmen. Für die... Für die Bauten. Dann sparen wir uns wieder ein bisschen... Ein bisschen Geld. Ihr seht, wir sind jetzt bei 11.000. Der November ist noch nicht ganz vorbei. Das ist natürlich ärgerlich, ne? Also da hätte ich gerne schon ein bisschen weniger. Das ist alles Geld, das wir uns sparen können. Gerade, wenn man sich überlegt, was hier... Ach, das ist schon alles auf der Baustelle. Wahnsinn. Gerade, wenn man sich überlegt, was das hier alles kostet bei uns. So. Okay. Hier hinten, das ist noch nicht fertig. Wie sieht es denn jetzt hier aus? Ja, jetzt ist wieder was drin. Ähm... Wir machen das wirklich mal auf... Ja, 100% nicht. Ja, doch. Doch, doch. Da kann das... 90% ist okay. Viel weniger will ich aber nicht. Aber 90% sollten wir hier nutzen. Okay. So, Klamottenindustrie läuft auch, denke ich. Haben wir hier für die Versorgung der Bürger genug? Ja, ist alles vorhanden. Gucken wir mal. Forschungsprogramm beendet. Sehr gut. Dann sind wir jetzt sogar schon bei der... Ach, super. Erneuerbare Energien. Ach komm. Atomkraft. Kernbrennstoffe. Und hier sind wir bei der OPEC-Verhandlung mit unseren... Äh, mit Verhandlungen, um uns Republik zum Mitglied der OPEC-Organisation der erdelexportierenden Länder zu machen. Das wird dazu führen, dass der Export von Öl weniger Einfluss auf den Preis hat. Ähm, mit anderen Worten, wir können das Öl zu höheren Preisen verkaufen. Das ist eigentlich auch eine ganz gute Sache. Okay. Gut. So, wie sieht es hier aus? 24 Prozent. Ähm, da sind ein paar ausländische Arbeitskräfte, die warten auf Material, ne? Was? 200 Tonnen Platten brauchen die? Wow. Also ich denke, damit sollte unsere Fabrik hier erstmal mehr als groß genug sein. So, sehr schön. Und was der jetzt hier an Leuten bringt, ne? Das ist ja der Wahnsinn. Da kommt auch gleich einer. Der hat noch eine... Wieso? Hä? Wieso lässt du denn hier ziehen die alle raus? Aussteigen, 100 Prozent. Einsteigen. Aussteigen. Hä? Vielleicht war der... War vielleicht weiter, die gerade nicht brauchen? Ja, ganz ehrlich. Dann machen wir das Ding hier... Dann machen wir das Ding hier voll. So viel Öl haben wir momentan sind so gerade nicht. Dann machen wir die Kiste hier voll und dann ist gut. Mehr Öl können wir eh nicht verarbeiten, weil wir es nicht haben. Einmal nach Hause schicken, bitte. Wir könnten aber mal gucken, ob die wirklich alle hier hin, wo diese ganzen Fahrzeuge jetzt rumgeistern. Die sind alle hier. Und die fahren tatsächlich alle da vorne hin. Ja. Da ist auch nicht so viel drin. Wie sieht es hier aus? Da ist auch nicht viel drin. Wo fahren die Fahrzeuge rum? Der kommt echt hier vorne her. Verstehe ich nicht. Schmeißen das mal raus. Der soll da hin. Entladen. Öl. Einmal da hin, bitte. Du brauchst jetzt hier nix... Du brauchst hier nix nach vorne bringen. Das ist völlig... Das ist... Das ist tatsächlich Quatsch. Das brauchen wir nicht. Jetzt weiß ich auch, warum wir so wenig... Warum wir so wenig Öl verarbeiten. Weil Leute haben wir genug. Jetzt gucken wir mal, ob die... Wir machen auch... Bei ihm das mal raus. Jetzt sagen wir mal, alles auf 100% bitte. Bringt euer gesamtes Öl... Dahin. Mal gucken, ob das klappt. Dann sollten wir hier hoffentlich jetzt... Ein bisschen mehr Öl haben. Das fände ich nämlich ganz gut. Weil unsere... Ich meine, wir kriegen damit einfach unheimlich viel Geld. Bitumen, Asphalt ist alles voll. Alles klar. Gut. Wie sieht es jetzt mit den beiden Straßenfortsets aus? Haben die noch was zu tun? Die haben... Oh, sehr gut. Die sind mit allem fertig. Wunderbar. Dann könnt ihr bitte... Dort weiter machen. Top. Gut. Dann macht er mal weiter. Und wir gucken mal, wie weit wir hier sind. Hier ist das erste Gebäude fast fertig. Die Kohle läuft. Wir haben 500 Tonnen Kohle. Das ist ziemlich cool. Ihr Lieben. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Euer Strategienot. Ciao, ciao.